Ey, Ipa, Ipa, ey, Ipa, ey, Ipa, ey, Ipa, Ipa, 10, 20, 30, 40, 50, 60 von Stuttgart in die Welt. Kleine Fabrik oder Baunenreinraum, pflege ins All, sauber ein Traum. Blick in die Natur, übertrage Ideen, baue Prototypen, jeder will sich sehen. Optimier Prozesse, analog oder digital, und wenn's beim ersten Mal nicht klappt, dann versuch's einfach nochmal. Deine Ideen stecken überall drin, gib nicht auf, es macht so viel Sinn. Bist angewachter Forscher, probier es doch aus, schreib's noch deine Diss und dann geh in die Industriewelt hinaus. Wir sind die absoluten Kracher, wir sind die Übermorgenmacher. Dein Mut, dein Ehrgeiz, dein Verlangen nach mehr, bringt uns noch schneller die Zukunft her. Wir sind die absoluten Kracher, wir sind die Übermorgenmacher. Pank's einfach drauf, geben nie auf, aus ner Vision wird ne Innovation. Drehen, sägen, fräsen, mit Werkzeug umgehen, selber machen und die Materie verstehen. Oberflächen geschichten, ohne Lack zu verlieren, Kupfer, Nickel, Krum, clever, galvanisieren. Roboter bauen Autos, servieren im Rink, reinigen Fenster und melken Kühe ganz flink. Wir sind die Roboter. Deine Ideen stecken überall drin, gib nicht auf, es macht so viel Sinn. Bist angewachter Forscher, probier es doch aus, schreib's noch deine Diss und dann geh in die Industriewelt hinaus. Wir sind die absoluten Kracher, wir sind die Übermorgenmacher. Dein Mut, dein Ehrgeiz, dein Verlangen nach mehr, bringt uns noch schneller die Zukunft her. Wir sind die absoluten Kracher, wir sind die Übermorgenmacher. Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm und die Idee nicht vom Genie. Doch da wo andere Fallobst sammeln, erschaffen wir Technologie. Wo gedacht wird, fallen Späne, wo gemacht wird, wächst die Welt. Wenn man seine guten Pläne auch nicht nur für sich behält. Oje, 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 ist das nicht die Gruppe Jugendforscht, die hocken da in ihrem Elfenbeinturm. Das dauert aber lang, bis die was Gscheits entwickeln. Aber vielleicht sind das alles auch nur Vorurteile. Wir sind die absoluten Kracher, wir sind die Übermorgenmacher. Dein Mut, dein Ehrgeiz, dein Verlangen nach mehr, bringt uns noch schneller die Zukunft her. Wir sind die absoluten Kracher, wir sind die Übermorgenmacher. Komm's einfach drauf, geh wir nie auf, aus ner Mission wird ne Innovation. Geist und Seine